hallo leute und herzlich willkommen zum neuesten lp tommy 2 kleiner disclaimer das intro wird ein bisschen legen wie auch immer ich hoffe das passiert im spiel nicht so oft aber naja gucken wir uns erst mal an das gute alte rupee camp anyway wie gesagt intro kommt jetzt gleich ich weiß nicht warum der bündner da fangen schon in anführungszeichen die probleme an weil der bildschirm viel zu lange da bleibt aber ja so Untertitelung. BR 2018 Jo, da ruckelt halt doch nicht und ich mache mir umsonst Sorgen. Okay, beim Probespiel hat es geruckelt, hier nicht. Soll mir egal sein. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben Textgeschwindigkeit 3. Wunderschön. Endschon, Endschon, ne? Screen passt, Kontrolle passt, starten wir das Spiel. Und ich kann nur sagen, es hat Voice Acting. Zippo findet ein mysteriös Letters zu Tomba. Die Letters sagt, dass Tomba's Kindheit Freund, Tabby, hat disappeared. Als er die Letters, all er konnte denken, war wo sie könnte sein. Was sie kidnapped? Ist sie sicher? Entschuldigt, sie sicher zurückzubringen. Tomba kommt in die Stadt. Und dann? Kurz und knackig, aber gleich mehr. Ja. Do you smell something burning? Tomba, wait here. I'll go check it out. Oh no! A fire! O. Tomba, look! That house is on fire! And it looks like there's something inside the house! If we don't do something, it'll burn to a crisp! Okay. You can run faster with the animal dash using square and the left-right directional buttons. Let's go! Let's go! Das ist Tombi! Also, Tombi 2, um genau zu sein. Ähm, Tombi 2 ist 3D-ich, sollte man sagen. Ähm, man spielt immer noch auf mehreren Ebenen, aber, ne, in der Theorie ist es 3D, sagen wir mal einfach 3D. Geil, mein Fisch. Vor allen Dingen ein Fisch mit Beinen, ne, deswegen ist er ein seltener Fisch. Ja. Ich bin da genauso leicht verwirrt wie ihr, aber hey, was soll's? Hallo, Möwe. Oh, ein Apfel. Nice. Ähm, ja. Was soll ich sonst noch dazu sagen? Man merkt, es spielt sich ein bisschen komisch, weil es mit der Kamera immer hinterher muss und so, aber... Naja. Wo ist das Vogelnest? Ja, das haben wir gerade gesehen. Jetzt komme ich wieder an die Edelsteine da oben nicht. Ist doch ätzend. Weil wir haben immer noch AP, die Abenteuerpunkte. Erinnert euch vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht. Was soll's. Wenn doch. Hey, ihr habt aufgepasst. Noch ein Küken. Küken aus dem Ei. Erledigt. Hey, wir erinnern uns. Außerdem zwei Küken in dem Nest. Erledigt. Ach, ich bin so ein guter Mensch. Warum allerdings die Möwen nicht von vornherein ihre, naja, Kinder da abgegeben haben? Wer weiß. Wasser kam aus der Fontaine da. Uh. Äh. So. Noch ein Sternenzahnrad mir angeeignet, weil ich so ein netter Kerl bin. Und ab geht's. Äh. Hallo. Wie geht's ihm? Was ist die Schmerz? Ich bin gut. Ich bin gut, aber das Krab, der Precious Gold Krab. Erinnert euch, das Krab, ist... Uf. Ich bin gut. Aber die Krab, die Krab, der Krab... Wurde. Wir haben gerne den Feuer. Werd dich. Wir können Wasser aus dem Pump. Werdig. Wir können Wasser aus dem Pump. Aber wie geht's. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Science hier nicht kaputt machen kann, aber, naja, ein Eimer. Großartig, für einen Satz wieder den Ton hochgedreht. Schreibt euch mal vor, mit einem Eimer könnt ihr Wasser transportieren. Ich fühle mich ein bisschen hier wie bei Dora, die Explorer und so, aber abgesehen davon geht es mir gut. Yay, ich habe Wasser in den Eimer gepackt und jetzt rette die Krabbe, Mann! Das ist wichtig. Bitte sehr. Whoa, slow down there. Are you trying to put the fire out? Leave that to an adult. All right. Take that. Oh, oh, this isn't enough. We need one more bucket of water. Damit wir auch definitiv begriffen haben, wie diese Mechanik funktioniert, holen wir mehr Wasser. Weil, warum auch nicht. Außerdem verprügeln wir noch ein Schwein, das ist relativ wichtig. Ich meine, wir alle lieben es, wenn Schweine sterben. Hurry, hurry! Ouch! Hot, hot, hot! You need some cooling off. Good job, Tomba. It's finally out. Well, thank goodness the Krab is saved. I was getting worried for a minute there. What's your name? I haven't seen you around here before. My name is Zippo. This is my friend, Tomba. We stumbled on this place when we were looking for coal mining. Hmm, coal mining town. You should be able to get there from the windmill shed. Just cross the net bridge over the valley ahead. You'll see a place called the Great Waterfall... ...of the heavens. Wind's windmill shed is past that. Whip! He's the boat builder of this town. He's also the caretaker for the windmill shed. Oh, by the way, if you're going to Wind's windmill shed, can you give him the Krab we rescued? This is a golden Krab. Wind wants to use it for something. If you bring it to him, Wind should be willing to help you. Okay, thanks, old man. Heh heh. I am called Kite. Actually, I was just on a trip, too. Maybe we'll meet again sometime. Oh, yeah. Here's your bucket bag. It's probably useful for more than just water. Hey, Tomba. If you want to use the bucket, select Use from the Items menu. Hey, Tomba, if you want to use the bucket, select Use from the Items menu. Do the same thing if you want to put it away. Man muss diese Tutorials einfach dieben. Die stimmen vielleicht weniger. Ähm, ja, anyway. Also, falls ihr mal ein Item benutzen wollt, solltet ihr es unter Umständen vielleicht benutzen. Aber auch nur vielleicht. Ihr könnt es natürlich auch einfach sein lassen. Und ja, mal wieder haben wir das Problem, dass Tommi nicht schwimmen kann. Oder Tomba sucht's euch aus, ne? Aber schwimmen, aber schwimmen, nein. Please don't talk to you right now. I'm trying to find that starshaped cart that goes to the bridge. Let's see. I had it when I went to the dry cat. That was the last time I saw it. You have it? Great. Now I can find me raise the bridge. Here goes. Brush your fingers. Okay, it's up. You can cross the bridge now. Look out for the golden crab, though. If you get too close, they'll bite you unless you have a crab basket. They're pretty nasty critters. And remember, buckets are for water, baskets are for crabs. Don't get confused. The crab basket? That's right, a crab basket. I believe I saw a winged pig with one not too long ago. Okay then. First, let's go get that crab basket. Ja, natürlich. Also, ne? Offensichtlich, ein Eimer ist nur für Wasser und ein Krabbenkorb, so wie der da, ist für Krabben. Ganz klar. Und vor allen Dingen, was man hier jetzt nicht verachten sollte, nicht vergessen sollte, offensichtlich wissen Krabben, ob man so ein Ding hat oder nicht und werden dementsprechend reagieren. Die wissen also, hm, jemand hat keinen Krabbenkorb, den weiß ich. Jemand hat einen Krabbenkorb, den lasse ich in Ruhe. Obviously. Und während wir jetzt hier einen Krabbenkorb im Arm haben, warum auch immer, können wir eben schnell zurückgehen hier. Und eigentlich, vielleicht von der Seite, vielleicht ist das Ding auch noch nicht tief genug. Oder ich muss, was genau andersrum, kann auch sein. Probieren wir das mal andersrum. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können kleine Fische hier aufhängen und das wird für später noch nützlich. Menno. Vielleicht darf ich es auch noch nicht. Das fände ich allerdings sehr merkwürdig, wenn das so wäre, also keine Ahnung. Oder ich kann es gerade nicht, weil ich das Ding in der Hand habe. Okay, das ist Musik, die hier nicht spielen sollte. Deswegen sie sehr merkwürdig klingt. Sie bleibt immer noch da. Mal gucken, ob sie da bleibt, wenn ich ins Haus wieder gehe. Viel besser. Moment, 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 Moment. Kuppel. Kuppel? Der redet nicht mit mir. Na gut. Sagst du mir noch was Interessantes? Nein. Nein, das tat ich nicht. Also scheinbar ist das Spiel immer noch nicht perfekt, wie ich es gerne hätte, aber naja. Anders kann ich das hier nicht LP'n, also was soll's. Ich habe alles probiert. Alles probiert. Da ist die goldene Krabbe. Ich habe sie genau gesehen. Seht ihr auch die goldene Krabbe? Wenn nicht, solltet ihr zum Optiker. Die hier meinte ich allerdings nicht. Die ist nur nervig. Gib mir den. Außerdem, sehr wichtig, das Teil hier. Hi. Great, du hast es verlassen. Hey, das hilft wirklich. Das hilft wirklich. Ich habe das ein langer Zeit gemacht. Nehmt es als Gift. Wir helfen dir. Wenn du in der Krabbe aufgerissenst, wenn du in der Krabbe aufgerissenst, bist du in der Krabbe aufgerissenst. Wenn du in der Krabbe aufgerissenst, Gib es ein try. Warlock. Hey, das Fischhook ist gut. Ich kann es nicht glauben, es war ein Gehirn! Oh, mein Goldfecher! Jetzt haben wir Vogelklamotten an, die meistens meine, deswegen werde ich sie gleich wahrscheinlich wieder ausziehen. Das Problem mit den Dingern ist, ja, sie verlangsamen meinen Fall, ist richtig, aber ich bin auch sehr merkwürdig am Gleiten mit den Teilen. Und meistens läuft das darauf hinaus, dass ich mich damit umbringe. Also, netter Gedanke, aber ich bin furchtbar schlecht in der Ausführung und dementsprechend lasse ich sie meistens weg. Es gibt später was anderes, was ich dann völlig okay finde. Aber das bringt mich meistens um und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lebe lieber, als dass ich mich umbringe. Entschuldigung, bist du Winn? Wir haben gehört, dass du Goldfecherkrams verbringst. Wir haben eine für dich. Du hast es? Vielen Dank, danke sehr! Hurry, put it in the water! Finally, finally, it's complete! Wenn du nicht mich fragen, Winn, was du mit dem machen? Watch and see, this invention is one of a kind! Ready, set, go! Whoa! 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 Wow! Was ist das? Wow! It works! It works! We finally have a shortcut to the next town! I don't quite get it, but that was a pretty cool trick. Cool! It was fantastic! The propeller actually carved steps out of stone! I must say, Wyn, you are truly a genius! Oh. Oh, sorry. So where are you headed? We're going to the coal mining town. The... The coal mining town? In that case, take this stairway. It's a shortcut. Aren't you glad you met a man of such intelligence? Be careful when you go there, though. There's an evil pig spell in that area. Yeah. I recall talking to some miners about something called cappers. Well... Well, I'm off to brag to Ark about my latest invention. Well, it looks like I was just in time. I was looking all over for you so I could thank you. For putting out that fire. This... This red key should help you on your adventures. It can open up all the red chests scattered throughout the land. But... But the red key only opens up red chests. You need to find a key with the same color as the chests to open them up. I only had the red one. So good luck finding the rest of them. Thank you very much. Any time. See you soon. Ehehehehe... Pfff... Okay! Komplett sinnlose Erfindungen, aber... Eh... Immerhin habe ich jetzt schnelle Hosen. Man, man, man... ...wenn meine Unterhosen mich schnell machen, das wäre... Hooo... Machen sie nicht, nein... Nein, das machen sie leider nicht. Und damit sind wir im zweiten Gebiet. Und ich mache an dieser Stelle eine Pause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder mit Tombi auf die Suche nach Tabby gehen, tatsächlich. Ja, der hat ein besseres Liebesleben als ich. Denken wir mal lieber nicht drüber nach. Wir haben 11 von 12 Events schon mal fertig, weil das eine ist wieder findet Tabby. Bis zum nächsten Mal. Und auch beim nächsten Mal schwingt sich Tombi wieder in die Action. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann vergesst nicht ein Like zu hinterlassen, kommentiert das Ganze, preiset mich, mir egal. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die ganzen anderen neuen Videos nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.